Willkommen liebe Leute zu einem weiteren Trophie-Tipp hier bei Assassin's Creed Origins, diesmal elementar, mein lieber Bayek. Es gibt natürlich etliche mehrere dieser Papyrus-Rätsel. Ich zeige euch das schnellste mögliche hier in-game, weil ihr startet ja direkt hier in dem Gebiet Siva. Hier startet ihr ja, kommt dann schlussendlich hier in diese Stadt rein und direkt hier in dieser Stadt gibt es hier das Haus des Lebens, also hier dieses Papyrus-Rätsel da davon. Deswegen hier zeige ich euch auch nur das, weil es reicht für die Trophy 1 zu lösen und ihr benötigt hier nicht alle. Das heißt, wir sind jetzt genau hier an dem Haus des Lebens, markiert in dem Fall das Ding hier. Könnt es hin und los schicken oder auch nicht, es ist relativ egal, weil das Ding ist einfach zu holen. Wenn ihr hier oben seid, ist es hier rechts auf dem Tisch. Ich habe es zwar schon eingesammelt, direkt hier liegt das Ding mit Dreieck einsammeln oder Y auf Xbox und dann habt ihr das Ding safe, taucht auch dann bei euch hier im Inventar auf und zwar dann hier. Ein langer Trunk nennt sich das ganze Ding. Komm und finde mich in Siva am Boden der einzigen Schale, die groß genug für einen Gott ist. So, das ist das Rätsel. In meinem Fall hatte ich ja das hier mit dem hier schon gemacht, aber ist egal, das hier ist das erste Papyrus-Rätsel in-game, was ihr machen könnt und ihr seht schon, die hier gibt es ja alle. Also, das sind ein paar mehr, die es gibt, die ihr machen könnt, aber nicht müsst. Eins, wie gesagt, reicht. So, jetzt lösen wir dann das hier und dann habt ihr automatisch auch schon die Trophy. So, nachdem ihr dann das hier eingesammelt habt, diese Haus des Lebens Papyrus Rolle, dann rennt ihr einfach von dort aus hier geradeaus runter zu diesem Stellreisepunkt direkt Siva oder portet euch wieder da hin, wenn ihr die 100 Meter nicht laufen wollt und geht hier rechts rüber zu diesem kleinen runden Teichlein hier. Das ist die große Schüssel gemeint. Also, das Ding jetzt hier bei mir im Hintergrund, da müsst ihr hin, jumpt hier rein in dieses tolle Gewässerchen und geht hier mit Dreieck aufplündern. Man sieht es auch hier, ich kann nochmal kurz untertauchen hier. Das Ding hier ist immer das Rätsel Lösung. Das Teil, zack, plündern, Papyrus-Rätsel gelöst und in eurem Fall macht das ganze Ding jetzt hier bling. Beziehungsweise blub, blub, wenn es Xbox ist. Genau, das war es an dieser Stelle. Viel Spaß mit der Trophy. Haut rein. Servus. Ciao. Ciao. Ciao.